Liga Eduardo Sorry, ich bin gerade aufgestanden Bei mir ist der 2. Januar 2017 Und Silvester war richtig geil Hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht Ich hab nur eine Kamera und deshalb dachte ich mir, mach ich heute vielleicht mal so eine Art Vlog. Naja, nicht wirklich, aber ich wollte halt mal so ein paar Aufnahmen ausprobieren und ja. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht, ne? Ist ja klar. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr Silvester verbracht habt. Das würde mich mal interessieren, wie unterschiedlich die Leute Silvester feiern. Und viel Spaß beim Rest. Meine Decke ist hier letztens, als ich sie bezogen hab, dieser Knopf hier abgegangen. Jetzt ist da so Dings. Eigentlich müsste da noch so ein Knopf zwischen sein. Und da rutscht immer die Decke so raus und das regt mich richtig auf. Und deshalb, weil der Knopf, den hab ich hier irgendwo. Hier. Ja. Ja. Äh, und dachte ich mir, näh ich den jetzt mal an. Dann, los geht's. Das ist das denn so. Los geht's los. Aber es lag hier also rum. Eigentlich wollte ich Frühstück machen. Ich hab nämlich meistens gegessen. Ich werde mir jetzt einen Film noch angucken. Und ja, dann sehen wir uns später wieder würde ich sagen. So, ich habe jetzt gerade einen Film geguckt und ich habe mir eine fantastische Film angeguckt, den ersten Teil. Und ja, es war ganz nice. Genau, wenn ich jetzt immer nicht so in die Kamera gucke, kann es daran liegen, dass ich hier, da auf der Seite ist nämlich der Bildschirm. Und da gucke ich momentan drauf, weil ich mich da erst dran gewöhnen muss, dass es irgendwie, ja, etwas ungewohnt, aber nice. Und ich hoffe, der Ton ist gut. Aber das werde ich dann ja sehen. Und ansonsten lasse ich mir noch irgendwas einfallen für die nächsten Videos, wenn der nicht so gut sein sollte. Ich hoffe mal, der heilt nicht so oder so. Aber wird schon. Ich muss noch die Spülmaschine ausräumen. Ja, meine Eltern sind halt arbeiten und deshalb mache ich das. Kurz ist ja nicht so viel Arbeit. Und da seht ihr jetzt eine kleine Timelapse. Die Küche ist, also Maschinen ist ausgeräumt. Ich habe ein paar Sachen noch wieder eingeräumt, wie ihr vielleicht gesehen habt. Die Gläser stelle ich kurz rüber. Und ich sehe gerade mein Akkus nicht leer. Ja, gut, habe ich gesagt. Ich bin gerade begabt. Ich versuche mit einer Hand und zwei Lasern in der Hand diese Tür. Ah, jetzt geschafft. Nice. Moment, Leute. Ich hoffe, die Kamera geht jetzt nicht hier sofort aus. Ich habe die Maschine ausgeräumt und fokus, fokus, fokus. Ja, ich glaube, ich treffe mich gleich noch mit einem Kumpel. Und ja, mal schauen, was noch so auf mich zukommt. Ja, tut mir leid, es ist ein bisschen unscharf. Ich sehe es gerade selber. Ich muss mich halt noch ausprobieren. Na gut, dann sehen wir uns wahrscheinlich später wieder. So, also, ich weiß, man sieht mich gar nicht so gut. Ich habe hier nur die Blöden von meiner LD-Leiste. Und ich muss gerade leise reden, denn es ist jetzt schon mittlerweile 1.35 Uhr. Ich habe bis gerade noch Filme geguckt. Und ja, meine Eltern schlafen schon. Mein Vater muss bald schon wieder aufstehen. Deshalb dachte ich mir, geht jetzt auch mal schlafen. Ja, ich habe halt ein bisschen ausprobiert mit der Kamera. Und ich hoffe, euch hat das halt gefallen. Das war jetzt nicht so krass. Spektakulär, weil ich einfach halt ein bisschen rumprobieren wollte. Und die nächsten Videos werden wahrscheinlich auch eher erstmal so mehr noch mit rumprobieren. Und naja, mal schauen. Ähm, mir ist aufgefallen, mir fehlen nur noch 15 Abonnenten bis zu den 200. Und das wäre schon geil, wenn wir das schaffen würden. Und deswegen, abonnieren nicht vergessen. Das wäre echt geil, finde ich. Ja, ich hoffe, euch haben die Ausschnitte gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.